So, noch einmal guten Morgen hier um, ja heute 10, 11 Minuten Verspätung live im Webinar mit den aktuellen Handelsideen. Wir hatten gerade ein paar Tonprobleme, jetzt ist alles gelöst, Ton sollte jetzt gut rüberkommen, laut und deutlich auch zu sein. Zumindest bekomme ich das hier angezeigt. Noch einmal guten Morgen allen hier, die live dabei sind und danke für die Geduld. Ludger, Fernando, Olli, alles hier wieder im Rahmen und wir schauen dann ohne großes Drum-Rum-Geräte gleich in die Charts rein. Ludger, ich danke dir, jetzt passt der Ton, ich freue mich. Irgendwie war das Mikro zwar da, aber hat nichts übertragen, das haben wir jetzt auch hinbekommen. Worüber sprechen wir heute? Ich gucke gleich nochmal rein. Hier, wir gucken Gold, Fuzzi 100 und wir schauen ins WTI. Also hier wieder ein paar interessante Sachen, ein paar interessante Ideen, die wir heute hier an dieser Stelle auch direkt besprechen können. Vorab, wie jeden Morgen, der Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das bitte ich hier an dieser Stelle im Risikohinweis alles auch zu beachten. Wir haben den ja für Sie entsprechend hier mit eingeblendet. Bevor wir in die Charts reinschauen, kommt der Check der Tagesnachrichten. Heute gibt es auch wieder ein paar interessante Geschichten. Um 8 Uhr gab es die Industrieproduktion von Deutschland. Da gucke ich gleich nochmal rein, dass wir die aktuellen Zahlen hier auch mitbekommen. Die Industrieproduktion ist ja immer wichtig, damit wir sehen, was die Industrie, wie stark die Industrie aufgestellt ist. Wir hatten eine Prognose, wir sehen es hier von 0,3. Das sind jetzt Daten aus dem Monat, wo haben wir es hier? Genau, 0,3. Das sind Daten aus dem Monat vom November. Wir haben aktuell ein Minus, einen Rückgang der Industrieproduktion von 1,9. Das ist kein so schönes Ergebnis. Von der Seite her schauen wir mal, was der Markt entsprechend daraus macht, wenn um 9 Uhr dann die Pforten öffnen für den regulären Handel. Was gibt es heute? Noch wichtigerweise hier, wir starten mit der höchsten Relevanz um 16 Uhr aus den USA. Da gibt es so ein bisschen das Thema Arbeitsmarkt, Jolls Stellenangebote, also die offenen Stellen hier im US-Bereich. Das ist wichtig für den Arbeitsmarkt. Und der Arbeitsmarkt in den USA, der ist ja momentan auch sehr, sehr stark. Wir haben ja verschiedene Wirtschaftsdaten, die auch unterschiedliche Bilder mit beleuchten. Wir sehen den Aktienmarkt, wie er momentan hier läuft. Wir sehen den Dollar, wie er sich bewegt an dieser Stelle. Und irgendwie passt in meinen Augen das Bild vom Arbeitsmarkt nicht ganz so zu dem schlechten, ja, sag ich mal, Verhalten an den Märkten, an den Indizes in den USA. Also ich bin gespannt, wie sich das ganze Bild auflöst, weil im Normalfall wäre es so, wenn wir wirklich einen starken, starken Bärenmarkt bekommen sollten, dann müssten eigentlich auch die Wirtschaftsdaten deutlich schlechter sein. Wir sehen an bestimmten Stellen natürlich immer wieder mal ein paar Spuren, gerade was das Thema der Handelszölle auch angeht. Das ist regelbar. Wichtig ist jetzt hier, was mit China und den USA passiert. Aber wenn wir uns mal die Wirtschaft, die Volkswirtschaft der USA auch anschauen, dann haben wir hier doch momentan noch sehr solide Ergebnisse. Es gibt immer mal so ein paar Sachen, wo man sagen kann, okay, was passiert denn da im Hintergrund? Aber wenn beispielsweise das Thema Handelsstreit auch in gewisse bessere Bahnen auch kommt, da hat China ja einen sehr, sehr großen Anteil mit dran, das Ganze auch zu lenken, dann sollte es dort eigentlich auch deutlich anders ausschauen. Und dann habe ich so das Gefühl, dann werden auch die Aktienmärkte deutlich anders reagieren. Vielleicht sehen wir hier gerade nur eine Übertreibung der Angst. Man weiß es nicht. Die Wirtschaftsdaten sprechen da eine andere Sprache. Der Arbeitsmarkt ebenfalls von der Seite her bleibt spannend, was wir dort heute bekommen. Was gibt es noch? Aus Großbritannien gibt es den Hauspreisindex um 9.30 Uhr, um 14.30 Uhr aus den USA. Dann das Thema Exporte und Importe sowie die Handelsbilanz auch hier für den Monat November. Es gibt um 15 Uhr die zivilen Investitionsgüter ohne Flugzeuge. Und am ganz späten Abend gibt es da noch mal so ein kleines bisschen was zum Thema Öl und zwar die API Rohöl Lagerbestand. Und wir sehen ja hier der vorherige Monat oder das vorherige Ergebnis. Das war ja noch im Dezember, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war hier ein deutlicher Zuwachs. Mal schauen, wie die Zahlen dann heute hier am Abend ausschauen. Da können wir dann entsprechend morgen drauf reagieren. Aber Ölpreis ist gerade auch interessant. Deswegen ist er heute auch in den Charts mit dabei. Und ich würde sagen, wir gehen hier auch direkt in die Charts mit hinein. Heißt also hier, wir gucken jetzt mal in den Goldpreis, in den Index von Großbritannien und das WTI. Hier haben wir es. WTI ist gerade auch drinnen. Das heißt, wir starten direkt mit dem schwarzen Gold. Das schwarze Gold hat ja gestern doch ganz ordentlich zugelegt im Tagesverlauf. Ich habe es geschrieben im Blog in dem ersten Satz, das schwarze Gold, also das Öl, heute haben wir beides hier da, konnte gestern recht gut glänzen. Wir haben im Hochkurszuwachs von über 3% gesehen. Aber, und jetzt kommt wieder das Thema Verortung. Da hatte ich ja in einem der edukativen Parts auch mal was zugeschrieben, wo ein Markt sich verortet, wenn es Umkehrsignale gibt und so weiter und so fort. Das ist alles wichtig. Wir haben hier im Gold bzw. im Öl, jetzt muss ich das Gold irgendwann mal streichen hier, also im Öl, das WTI. Wir haben den Abwärtstrend stark am Laufen. Wir sind weit runter gelaufen. Wir hatten das Öl an dieser Stelle ja auch schon des Öfteren miteinander besprochen, wo wir hier auch diese Marke, diesen starken Support um die 43 US-Dollar hier unten miteinander auch besprochen haben. Im Wochenchart ist das sehr, sehr gut zu sehen. Hier sind wir mal wieder ran gelaufen hier unten und dann hat der Markt hier doch wieder zurück gedreht sozusagen und geht jetzt etwas nach oben hin rein. Also wir haben hier steigende Kurse. Stellt sich hier dann natürlich die Frage, ist das denn jetzt schon ein Zeichen der Entwarnung? In meinen Augen rein technisch, nee, das ist noch lange kein Zeichen der Entwarnung. Wir haben hier zwar eine sehr, sehr schöne Aufwärtsdynamik, die wir auch trendig durch die Stunde schön nach oben laufen sehen, aber nichtsdestotrotz, das übergeordnete Bild ist hier immer noch abwärtsgerichtet. Und ich sage das mit dem immer noch abwärtsgerichtet mit Absicht, weil der Markt kann sich ja auch immer rumdrehen. Das heißt, wir Händler hier müssen ja uns auch sehr, sehr schnell und regelmäßig an die entsprechenden Märkte anpassen. Und bei solchen Charts, wie wir es hier sehen, ist es eher ungewöhnlich, dass wir einfach hier den letzten Schub sehen und den Markt dann einfach hochrennen haben. Weil im Normalfall ist es dann so, der Markt erkäst sich so ein bisschen aus, macht nochmal nach so einem schönen starken Anschieb nochmal einen Rücksetzer. Und das optimale Bild sieht dann häufig so aus, dass wir hier kein neueres Tief bekommen. Das heißt möglicherweise ein höheres Tief, um dann den Markt nach oben zu schieben und dann einen neuen Aufwärtstrend als Gegentrend sozusagen zu bilden. Das sind Dinge, die hier geschehen können. Aber im kurzfristigen Bereich ist jetzt erstmal wichtig zu sehen, wo stehen wir denn? Und hier haben wir den Markt, wie schon gesagt, in seiner Verortung hier in diesem Ausbruchsbereich hier um die Marke von 49 US-Dollar. Oder ich habe das hier in diesem halt rosa Ton mal gekennzeichnet. Da sind wir reingelaufen. Diese Ausbruchslevel sind in Korrekturphasen ja gerne auch mal Märkte, wenn es etwas tiefer reingeht, sind das Marken, wo wir häufig auch mal ranlaufen, um das Ganze auch anzutesten. Und hier ist es jetzt sehr interessant. Hier kann wieder beides passieren. Im Sinne der Trendfortsetzung, das Thema Abprall. Aber die Korrektur kann ja auch noch deutlich tiefer laufen. Das heißt, wenn der Markt hier Stärke finden sollte, aus welchem Grund auch immer, kann ja passieren. Dann haben wir hier oben die Marke, wenn sie überschritten wird, hier um die 49,30, wo das Ausbruchslevel war, dann haben wir hier ein paar Tageshochs liegen. Das sieht man auch schön im Stundenchat kann man das Ganze anlaufen. Maximal könnte sich das Ganze halt im Sinne der Korrektur noch ausdehnen auf hier oben diesen Mark 54,40. Da haben wir hier das Hoch der letzten Korrektur. Ja, gab es ja die Korrektur und dann den Schub nach unten, der auch trendförmig verlaufen ist. Das kann man ja sehr, sehr schön sehen. Passiert das nicht, kommt die Schwäche rein. Und das ist ja das, was wir hier momentan so ein bisschen sehen. Immer dann, wenn diese Marke hier oben angelaufen wurde, da wollte der Markt nicht so richtig hoch. Also er ist reingelaufen und dann wurde wieder abverkauft. Das haben wir hier am Freitag gesehen. Das haben wir entsprechend hier gestern auch wieder gesehen. Schön stark hochgelaufen und dann deutlich entsprechend auch zurückgekommen. Also es bleibt hier spannend zu sehen, wie es weitergeht mit Blick nach unten. Und wenn das ganze Ding hier oben rumdreht, da müssen wir auch nicht darauf spekulieren, dass der Markt jetzt wahnsinnig weit nach unten läuft, sondern im kurzfristigen Bereich ist das dann durchaus interessant, hier einfach mal zu schauen, was sind denn interessante Marken. Da haben wir ein paar Tagestiefs liegen hier für diejenigen, die das Ganze im Tagestatt auch anschauen wollen. Hier um die 46, 49 und hier unten der Bereich um die 45, 15. Hier gibt es natürlich noch etwas mehr. Unten Bereich hier 43, das Tief hier unten, was wir hier haben, das sind dann alles Anlaufpunkte. Das ist das Trendtief. Das wäre dann wirklich auch sehr interessant, wenn der Markt wirklich in eine dynamische Bewegung wieder eintaucht. Die Chance haben wir ja jetzt. Wir hatten hier gestern so eine leichte Umkehrkerze. Die war noch grün. Die muss natürlich erst bestätigt werden. Und so eine Bestätigung, die sehen wir dann sehr, sehr schön auch im Verlauf der Stunde, was ja dann hier entsprechend sichtbar die direkt untergeordnete Trendverlaufseinheit ist. Und hier sehen wir sehr, sehr schön, ich mache das mal kurz etwas kleiner, dass wir mehr historisch sehen. Hier sehen wir sehr, sehr schön diesen Hochlauf, diesen Trend, der sich hier auf Tagesbasis auch abgezeichnet hat. Und hier hat den letzten Schub schön nach oben. Also wir sehen hier schön entsprechend die Schwünge hier in diesem Bereich. Und hier sehen wir jetzt den Markt mit leichter Abwärtstendenz. Und das, was wir hier brauchen, ist dann entsprechend ein Markt, der weiter nach unten läuft, wo hier der Trend sich nach unten hin fortsetzt, das Ganze hier unten rausnimmt. Wir haben es ja schon mal probiert. Und dann dynamisch nach unten geht und schwingt nach unten. Also schön den Trend der Stunde dann entsprechend nach unten zu sehen. Das wäre dann interessant. Da haben wir schöne Anlaufpunkte. Und da können wir hier entsprechend die Tagestiefs nehmen. Oder man kann sich auch entsprechend im Stundenchart mit den entsprechenden Größen, die man handeln möchte, orientieren. Wo da gute Anlaufpunkte sind, um hier möglicherweise die Setups so zu planen mit Punkten, an denen der Markt in weitere Gewinnfelder laufen kann. Also Punkte, wo wir hier entsprechend Händler sehen, die nach uns im Chart aktiv werden können. Sei es nur mit Absicherungsorders aus den Long-Positionen. Und das verrät uns hier sehr, sehr schön auch der Stundenchart. Und wo wir gerade im Stundenchart sind, wie schon gesagt, wir sehen es relativ gut, wenn wir hier oben drüber laufen. Also hier diesen Trend entsprechend fortsetzen. Hier war das Korrektur tief, dann Schubs nach oben. Gut, hier kann man hier an dieser Stelle, das ist so ein bisschen hin und her. Je nachdem, wie eng man den Markt auch traden möchte, aus welchen Zeiteinheiten raus das Ganze laufen lassen möchte, kann man diese kleinen Schwünge hier natürlich auch immer noch mitnehmen. Das hängt ein bisschen mit der Kurzfristigkeit des Tradings zusammen. Wer hier sagt, ich möchte gerne hier diesen großen Schub der Stunde traden, der wird dann entsprechend, wenn es nach oben geht, hier die Marken als Anlaufpunkte auf der Oberseite auch gut im Stundenchart finden, für die eigenen Setups. Zur Zielplanung, für die Long-Richtung. Wie schon gesagt, die Richtung nach unten sehen wir auch schön im Stundenchart, wo wir hier die Marken haben. Ich habe es hier auch eingezeichnet, also hier dieser Bereich hier in diesem, hier unten zeige ich es mal, also aus dem großen Bereich heraus hier, als der Schub hier nach oben kam. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Das sind alles Dinge, die laufen hier im weiten Schwungfeld, aber immer sozusagen im Kopf behalten. Denn der Tag ist übergeordnet noch short. Heißt also, wir handeln hier gerade eine Korrektur, die schon weit gelaufen ist und im Sinne dieses Trends, Trends setzen sich ja eher fort, als dass sie brechen, dann haben wir hier den Abwärtshandel. Gestern, wie schon gesagt, das erste Signal nach unten kommt, die Bestätigung, dann hier das Ganze nach unten zu traden. Und da ist der Stundenchart auch gut und gerne für geeignet. An dieser Stelle zum nächsten Markt und zwar hier schauen wir gleich noch in den Rohstoffmarkt weiter rein. Und zwar schauen wir hier auf den Goldpreis entsprechend rein und der Goldpreis, den haben wir hier unten. So, den Chart bitte einmal rüber und dann passt das Ganze. Und dann sehen wir hier an dieser Stelle den Chart vom Gold. Und beim Gold sehen wir hier einen Markt, der schön herangelaufen ist an einen Widerstandsbereich. Ich sehe gerade, das Bild im Hintergrund hat sich gerade entfernt. Das muss ich mal eben wieder anmachen. Kurzen Augenblick dazu. So, hier ab der Folie. So, da haben wir wieder das. Zack, so, jetzt haben wir den Chart. Da sehen wir den Goldpreis in der Marke von 1300 Dollar. Da ist er herangelaufen. Ich mache das mal ganz kurz noch etwas kleiner, damit wir die Historie etwas besser sehen können. Und wir sehen hier in diesem Abwärtstrendverlauf, dass das eine Marke ist. Zum einen die 1300 US-Dollar psychologisch ist die eine Geschichte. Auf der anderen Seite ist das natürlich hier oben auch ein Staubereich gewesen, wo der Markt hier in diesem starken Abwärtsmarkt immer wieder sich so ein bisschen aufgehalten hat, verweilt hat. Es war eine Marke, die wurde gar nicht so leicht nach unten hin aufgegeben. Da hat der Markt sich doch eine ganze Weile oben drinnen gehalten. Und dieses, das was dort vorhin passiert ist, hat natürlich diese Marke auch jetzt, wenn wir von unten nach oben kommen, zu einem gewissen Widerstandsbereich auch werden lassen, in dem der Markt hier nach dieser sehr, sehr starken Bewegung nach oben reingelaufen ist und dort dann entsprechend mit Schwäche auch aufgewartet hat. Und hier an dieser Stelle ist etwas sehr interessantes geschehen. Und zwar haben wir hier zwei Trendgrößen. Ich habe das mal hier in den dicken grünen Linien gezeichnet. Das ist der größere Trend. Der ist, wir sehen das hier auch, sehr, sehr weit in seiner Bewegung reingelaufen, also auch sehr, sehr dynamisch nach oben gelaufen. Nummer eins und Nummer zwei ist die Tatsache, dass wir hier den untergeordneten Trend haben. Sehr, sehr schön der Bewegungstrend. Und der steht auch sehr, sehr weit in seiner Bewegung. Das heißt, wir haben jetzt hier diese beiden Trendgrößen, die beide weit in Bewegung stehen. Heißt also, eine Korrektur ist hier eher wahrscheinlich als ein einfacher Fortlauf nach oben hin weiter. Das sehen wir auch, dass der Markt hier oben gar nicht so einfach drüber möchte, weil wir haben hier diese Umhüllungskerze. Da haben wir sie, diese Kerze. Und die hat uns wirklich sehr, sehr stark gezeigt. Der Markt, naja, hier wollte er nicht richtig hoch. Runter wollte er auch noch nicht richtig. So die Unentschlossenheit. Gestern haben wir dann hier einen Markt gesehen, der doch wieder von oben versucht hat, ranzulaufen, aber dann wieder zurückgekommen ist. Und jetzt sehen wir hier den Markt nach unten laufen. Das heißt, hier haben wir momentan einen Bereich, wo sich eine Konsolidierung ausarbeitet. Und je nachdem, wie sich diese Konsolidierung ausarbeiten wird, das werden wir sehen, das kann man aus dieser Stelle, an dieser Stelle jetzt noch nicht genau sagen, wird sich hier entweder einfach eine flache Korrektur seitwärts ergeben. Das muss man dann absehen oder abwarten. Da gibt es dann natürlich für den mittelfristigen Bereich wenig zu traden. Wenn sich hier eine schöne Spanne bildet zwischen dem Hoch und dem Tief, macht das durchaus für den einen oder anderen im kurzfristigen Bereich Sinn, von unten nach oben oder von oben nach unten zu traden. Und das macht ganz klar für den kurzfristigen Bereich Sinn, wenn wir hier eine Seitwärtsrange haben und die groß genug ist, dass die entsprechend Potenziale für den Trade bietet. Aber mit Blick nach unten, wenn wir tatsächlich in die tiefere Korrektur reinlaufen, was ja hier, wir sehen es auch hier, immer wieder auch passiert ist. Diese schönen Bewegungen, die wir am Anfang hatten, sind auch immer gut korrigiert worden nach unten hin. Da haben wir natürlich alle Chancen, dass der Markt hier noch ein ganzes Stückchen tiefer läuft. Und da können wir uns natürlich verschiedener Marken besuchen oder begeben. Wir haben zum einen, wenn wir das Ganze mal anschauen, die Ausbruchsbereiche der Trends. Hier, der große Trend hat sich hier fortgesetzt. Das war hier das Level um die 1243 Dollar rum. Nummer eins. Nummer zwei, wir haben für diesen kleineren untergeordneten Trend hier ebenfalls das Level, wo ausgebrochen wurde, wo dann dieser starke, massive Schub auch noch kam, um die Marke von 1251 US-Dollar. Das hier einfach mal auf Tagesbasis. Es gibt natürlich auch haufenweise Tagestiefs liegen. Das sind Marken, an denen wir uns als Händler immer wieder gerne orientieren können. Oder aber, wir schauen einfach mal in die untergeordnete Zeit der Stunde rein. Das sind die magentafarbenen Linien, die ich hier eingezeichnet habe. Und das sind die Marken, die wir hier im Trendverlauf sehr, sehr schön sehen. Das heißt, hier haben wir ja auch sehr gut ersichtlich, wie der Markt nach oben geschwungen ist, auch in der Stunde. Und da haben wir immer wieder sehr markante Level, was die Korrekturtiefs im Stundentrend angeht. Und die haben wir hier liegen, hier, wir sehen es hier um die Marke von 1264. Wir haben hier die 1253, beziehungsweise dann hier unten die 1241 US-Dollar, die sehr, sehr gerne auch nach unten angelaufen werden können. Wichtig ist hier an dieser Stelle eins, wir brauchen natürlich eine Entscheidung vom Markt. Es muss definitiv einen Trend geben. Und momentan, wenn wir uns diesen Chart anschauen, haben wir noch keinen Abwärtstrend. Wir haben zwar hier diesen Schub nach oben auch rausgenommen. Wir haben hier ein paar Tiefs rausgenommen, wo der Markt nach unten ran gelaufen ist. Hier war das Hoch dieser Tageskerze, dieser Umhüllungskerze. Hier war das Tief. Und mit Unterschreitung des Tiefs entsteht dann hier im Stundenschart der Abwärtstrend. Ich schreibe das mal ganz kurz hier rein, beziehungsweise ich zeichne das hier mal rein als Mangentafarben. Aber ich glaube, wir sehen das dann im Tagesschart sowieso nicht. Also hier, das war die erste Bewegung, die Spanne der Umhüllungskerze. Dann haben wir jetzt hier die entsprechende Korrektur. Und wenn der Markt jetzt wirklich weiter nach unten in Korrekturen reinlöft, dann haben wir hier einen Stundentrend, der abwärts läuft. Und das ist dann immer, das sage ich so, das Geschenk des Marktes, dass er uns zeigt, hier ist ein Trend vorhanden, den können wir entsprechend nach unten traden. Und da kann man aus den kleinen Zeitanheiten sehr, sehr schön hier nach unten mitlaufen und den Trend nach unten mitschwingen. Wie schon gesagt, hier sind dann immer auch Anlaufpunkte, in die der Markt gut und gerne reinlaufen kann. Warum? Wir wissen es natürlich. Hier warten andere Händler möglicherweise mit ihren entsprechenden Orders. Und die können wir dann natürlich nutzen, um unsere Position glatt zu stellen oder davon auszugehen, dass der Markt hier noch ein Stückchen weiter vorangetrieben wird. Das immer nach den aktuellen und eigenen Handelssetups natürlich mit auszupassen. Also das hier entsprechend zum Goldpreis. Und damit schauen wir noch in einen Index rein. Und zwar in den britischen Aktienindex. Da ist ja auch immer wieder das Thema mit dem Brexit hier auf der Uhr. Das muss man immer so ein bisschen mit im Hinterkopf behalten. Das hatte ich auch bei der Währung schon gesagt. Hier in diesem Markt ist es interessant zu sehen, was passiert ist. Wir haben hier auch übergeordnet, natürlich, das ist gut zu sehen, einen abwärtsgerichteten Trend. Das sieht man sehr schön auch untergeordnet. Der Markt schwingt immer sehr, sehr schön entsprechend hier nach unten. Dann haben wir hier dieses Level gehabt um die 6600 Punkte. Das ist ein Bereich, das zeige ich hier gleich mal auch in einer etwas engeren Raffung. Da kommt aus der Historie ein Markt um die 6600, wo wir hier drüben im Jahr, wann war denn das gewesen? Das war, ach Gottchen, das war 2016. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein Markt an dieser Linie hier, wo wir immer mal wieder Support gehabt haben von hier drüben. Und hier haben wir aktuell auch wieder gesehen, der Markt gibt sich da nicht so einfach geschlagen. Der läuft nicht so einfach nach unten durch, sondern ist hier auch wieder nach oben hin abgeprallt. Und das ist interessant jetzt an dieser Stelle zu sehen. Dieser Abpraller nach oben, der hat uns in eine schöne Region geführt. Nämlich, wir sehen es hier, hier oben die Marke von 6900 und gute 10 Punkte. Das ist ein Bereich, da hatten wir hier einmal in Korrektur hoch, dann hatten wir hier das Ausbruchslevel in diesem Bereich. Da ist der Markt herangelaufen und will hier aktuell noch nicht so richtig drüber. Hier hatten wir auch dieses Umkehrsignal gestern. Und hier haben wir jetzt die Unterseite liegen. Das heißt, wenn der Markt diesen Schwungbereich wieder aufnimmt, hier das nächste tiefere Hoch an dieser Stelle hinterlässt und nach unten läuft, dann haben wir zum einen das Tagestief vom letzte Woche Freitag um die Marke von 6670 Punkten. Das ist hier der Bereich, der ist gut zu sehen. Der ist zum einen anlaufbar. Wir müssen aber erst einmal hier zur Bestätigung unter das Tief der gestrigen Kerze. Das haben wir hier im Lob bei 6676. Das Ganze dann schön nach unten geschwungen, gibt halt das Potenzial, dass der Markt wieder hier unten in diese 6600 Punkte reinläuft. Das heißt, für das kurzfristige Trading interessante Marken auf der Unterseite wird das ganze Zeit dann wirklich nach unten rausgehen. Das heißt, wenn der Druck an den Märkten wieder deutlich zunimmt, wenn das Ganze umkehrt, dann haben wir hier das Tief hier bei 6535 beziehungsweise die nächste Anlaufmarke, die historische, haben wir ja gerade gesehen, aus dem Jahr 2016 die 6450 Punkte Marke. Das ist mal so das Potenzial, was wir zur Unterseite haben, wenn der Markt sich tatsächlich hier nach unten hin fortsetzt. Immer auch im Hinterkopf behalten, je nachdem welchen Zeitrahmen ihr oder sie traden wollt, immer auch beachten, da haben wir einen Support, der hier auch schon ein paar Mal gehalten hat. Das heißt, an dieser Stelle kann es gut und gerne sein, dass wir nur ein Stück nach unten sehen und wieder abprallen nach oben. Das heißt, hier für die kurzfristigen Trader gilt es hier etwas anders zu agieren, wie für die mittelfristigen Trader, die sich vielleicht sagen, mein Referenzparameter ist dieser große Schub hier entsprechend nach unten. Das gibt es hier zu bewegen, aber wir haben hier momentan einen Punkt, der steht in Bewegung. Wir haben das Umkehrsignal und jetzt müssen wir einfach mal warten, wie der Markt hier weiter tickt. Hier auch wieder wie jeden Morgen, wenn wir uns solche Charts angucken, immer auch den Blick in die Stunde hinein. Und wir sehen hier in der Stunde schon einen Markt, der nach unten läuft. Aktuell in der, naja, ich sag mal, weiten Range hier. Wir hatten diese Kerze hier mit der Oberseite und der Unterseite und hier wird es irgendwann eine Entscheidung geben, ob der Markt nach oben ausbricht in der Stunde oder ob er tatsächlich nach unten läuft. Bricht da nach oben aus, haben wir hier natürlich wieder die Aufwärtsdynamik da und da kommt dann entsprechend selbstredend das Bild wieder hier mit dem Widerstand rein. Wird der Widerstand entsprechend überschritten? Müssen wir wieder in den Tag zurückschauen. Kann natürlich die Korrektur noch deutlich weiter laufen. Wir haben hier oben den großen Deckel drauf bei 7.150 Punkten. Also es heißt eine Korrekturausweitung. Die kann hier durchaus kommen. Alles überhaupt kein Problem. Wenn wir hier über diesen kleinen Widerstand drüber gehen, dann hat der Markt Luft nach oben hin. Und das wäre dann das Bild, dass wir hier die Stunde einfach weiter nach oben traden. Das heißt, hier in diesem Bereich haben wir ja schön diesen Schub liegen. Weite Bewegung. Jetzt laufen wir hier halt etwas in die Korrektur rein. Und wie schon gesagt, wenn das Ganze hier stundentechnisch weiter abwärts gerichtet läuft und die Börsenstimmung schlecht ist, dann ist das eher so ein bisschen das Szenario, dass wir hier in diese tieferen Punkte reinlaufen. Läuft der Markt allerdings wie geschmiert nach oben, so wie wir das an den US-Märkten gestern auch gesehen haben, wo ja eher Kurszuwächse zu vermerken oder vermelden waren. Dann eher die Oberseite. Wir haben hier oben dann die Trendfortsetzung. Das heißt, in diesem Bild hier schaue einfach mal rein. Hier, das war quasi Schub nach oben. Das war entsprechend Korrekturlevel hier. Das, was wir hier sehen, ist Bewegung. Und das aktuell Laufende ist sozusagen in diesem Kontext die Korrektur. Und wenn die jetzt hier schon zu Ende geht, weil wir hier sehen, untergeordnet, wir hatten ja hier diesen untergeordneten Abwärtstrend in der Stunde. Und wenn wir hier sehen, der Markt läuft hier wieder nach oben, macht sozusagen hier einen neuen Trend nach oben, dann haben wir eher die Anzeichen, dass der Markt hier nach oben raus will und dann möglicherweise den Widerstand anläuft oder aber ihn sogar übertrifft und das Ganze weiter nach oben laufen lässt. Das also hier ein Blick in den britischen Aktienindex UK100. Das Kürzel hier, wer entsprechend auch die Konditionen wissen möchte, immer auf die Website von Tickmüll schauen. An dieser Stelle schaue ich mal in das Fragefeld hinein. Ich sehe jetzt gerade keine weiteren Fragen an dieser Stelle. Möchte sagen Dankeschön. Ich freue mich, dass wir hier schöne Live-Zuschauer wieder dabei hatten. Wir hören, lesen und sehen morgen wieder voneinander im Blog bei Tickmüll und um 8.30 Uhr dann hier live in den Webinaren auf Facebook und auf GoToWebinar. Danke für die Zeit und bis morgen. Tschüss.